Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video gibt es die iPhone 6 Gerüchtezusammenfassung. Viel Spaß! So und auch an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, was wir zum kommenden iPhone 6 erwarten dürfen. Beginnen wir gleich mit dem Release. Da das iPhone 6 mit sehr großer Sicherheit am 9.9. auf der Keynote von Apple vorgestellt wird, lässt sich sagen, dass dann am 19.9. gleich auch schon der Verkaufsstart sein wird. Natürlich wird das neue iPhone dann auch frisch mit iOS 8 ausgeliefert werden. So, vorweg möchte ich nur noch auf die aktuelle Display-Diskussion eingehen. Laut vielen Gerüchten heißt es, Apple werde diesmal gleich zwei Modelle auf den Markt bringen, beide mit größeren Displays im Vergleich zum iPhone 5S. Die kleinere Version soll dabei ein 4,7 und die größere ein 5,5 Zoll Display bekommen. Was Apple sich dabei denkt, ist ganz klar. Dadurch, dass die Konkurrenz nun nämlich immer mehr auf riesige Smartphone-Displays setzt, möchte Apple natürlich diesem Tablet-Trend nachgehen. Sicher ist auf jeden Fall, dass wir die kleinere Version dann direkt schon auf der Keynote und dann auch bald schon in den Ladenregalen sehen werden. Beim größeren Modell ist das allerdings anders. Möglich ist, dass das größere Modell bereits auf der Keynote vorgestellt wird, allerdings erst im Jahr 2015 auf den Markt kommt. Das liegt daran, dass es wohl Produktionsengpässe geben soll. Nun solltet ihr auch wissen, dass ich im Folgenden lediglich auf die 4,7 Zoll Version eingehen werde. Kommen wir dann nun zum Prozessor. Apple wird hier wie immer für mehr Power im neuen iPhone sorgen. Diese soll der neue Quad-Core-Prozessor namens A8 möglich machen. Neben bestmöglicher Performance soll auch eine bessere Grafikleistung resultieren. Diese Prozessoren sollen nun übrigens angeblich nicht mehr von Samsung, sondern von TSMC stammen. Nun zum Design. Sicher ist, dass Apple in diesem Jahr den Fokus wieder auf ein möglich optimales und stylisches Design legen möchte. Dabei soll es wohl auf jeden Fall dünner und folglich auch leichter werden. Apple wird sich hier vor allem am iPod Touch orientieren, was auch bereits auf vielen Bildern, seien es Leaks oder nur Mockups zu sehen ist. Somit soll es auch abgerundete Ecken geben. Dabei bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich persönlich finde es einerseits recht schick, andererseits habe ich auch Angst, dass dieses coole, bekannte iPhone-Design etwas kaputt gehen könnte. Was bei vielen Skepsis auslöst, ist, dass es oben und unten diese ominösen Streifen geben soll. Nun, was man von ihnen halten darf, das sollte man nun jetzt selber entscheiden. Diese Streifen erkennen wir auch in zahlreichen Leaks und Mockups. Ihr seht die auch hier gerade mal eingeblendet. Außerdem hat iCrack Your Device ein Video über ein vorgefertigtes iPhone-Gehäuse gemacht. Wo diese ebenfalls zu sehen sind, könnt ihr euch auch nochmal in der Beschreibung angucken. Sie entstehen dadurch, dass Apple nun zum einen auf eine verbesserte WLAN-Technik und zum anderen auf die sogenannte MIMO-Technik, die drahtlose Datenübertragung fördern soll, setzen möchte. Kleine Änderungen soll es außerdem noch geben. Somit wird der Power-Button nun nicht mehr oben, sondern an der Seite zu finden sein. Durch das vergrößerte Display wird er dort einfach besser zu erreichen sein. Darauf deuten auch zahlreiche Leaks, sei es von Prototypen oder von vorgefertigten Hüllen. Letztendlich möchte ich zum Design noch auf ein Video eingehen, welches wohl schon ein funktionierendes iPhone zeigen soll. Das hier gezeigte Gerät spiegelt eigentlich alle genannten Gerüchte wieder, auch wenn man bereits beim Einschalten das Connect-to-iTunes-Logo sehen kann. Wirklich starten kann es nicht. Kommen wir nun zur Kamera. Auch hier möchte Apple sicherlich einiges verbessern. Aus den 8 Megapixeln im aktuellen Modell soll nun 10 werden. Ebenfalls in Sachen Nicht-Einfall soll nachgebessert werden. Interessant ist, dass dadurch, dass das iPhone 6 nun weitaus dünner sein soll als der Vorgänger, auch der Platz für die Kameralinse wegfällt. Somit wird es wohl eine Art herausstehenden Kameraring geben. Wie wir auf bereits entdeckten Bauzeichnungen erkennen können, soll dieser zwar nur 0,77mm herausstehen, dennoch wird das Ganze bestimmt schon etwas gewöhnungsbedürftig sein. Ja, nun noch mehr zu neuen Features, also Funktionen im kommenden iPhone. Fest steht, dass es keine Art Special Feature geben wird. Das hebt Apple sich ja immer für die S-Modelle auf. Dennoch wird es sicherlich einige Neuerungen geben. Zum einen wäre da NFC. Wie, trotz dessen, dass Apple der Near-Field-Communication durch alternative Techniken in der Vergangenheit eben aus dem Weg gegangen ist, wird es immer wahrscheinlicher, dass Apple im iPhone 6 auch auf einen NFC-Chip setzen wird. Das, was bei der Konkurrenz meist schon möglich ist, nämlich das mobile Bezahlen, zum Beispiel an Supermarktkatzen oder so weiter, soll dementsprechend mit dem Smartphone auch künftig bei Apple möglich sein. Ansonsten zielt man natürlich auch auf ein optimales mobiles Netz. Deshalb könnte auch LTE-Advanced künftig im neuen iPhone 6 integriert werden. Durch den LTE-Advanced-Chip von Qualcomm soll ein Download mit bis zu 150 Megabit pro Sekunde möglich sein. So, im Großen und Ganzen war es das nun auch mit der Zusammenfassung aller Gerüchte. Abzuwarten bleibt, ob Apple beim neuen iPhone erneut den Preis erhöhen möchte. Letztendlich kann ich trotz dessen, dass ich in einigen Aspekten leicht skeptisch bin, sagen, dass ich mich auf das kommende iPhone freue und dass mir persönlich das Design sogar richtig gut gefällt. Lasst mir doch gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Ihr könnt doch auch gerne diesen Kanal hier abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Somit danke fürs Zusehen, viel Spaß bei der Apple Keynote und bis zum nächsten Mal. Tschau Leute!